Jo Leute, was geht ab? Willkommen zu meinem Vlog. Heute auf meinem Kanal und Leute, heute gibt es Essen bei uns. Einen Tag für meinen Geburtstag. Zum Essen gibt es ja erstmal hier die Gürtmelden. Kartoffeln, Leute, ihr wisst Bescheid. Und um die leckeren Leute. Ja, es ist auch gerade schon, wenn man mir auch mal auf die Uhr kommt, drei Viertel sechs glaube ich. Ja, ähm, dann haben wir hier auf jeden Fall was... Keinen Namen, was das ist. Ähm, Gürtel. Ja, da habe ich ein bisschen versprochen. Und sonst haben wir eigentlich noch gar nicht. Und was ich heute eigentlich noch mache... Oh, Moritz... Was machst du? Hm... Hm... Ja... Er reagiert nicht mal, aber... Was sollst du, Leute? Auf jeden Fall muss ich jetzt einfach mal ein Filmen aufholen. Wir dürfen morgen bei meinem Geburtstag nicht vergessen. Das haben wir im Kühl... Das Emmerat... Das Emmerat da unten... Da drin... Nichts... Doch, Milch... Ähm... Ja, Leute... Auf jeden Fall, Leute, wollte ich mit euch... Heute... Was reden... Was Gutes... Was reden, Leute. Und schon nur wegen Hunger Games. Also, wenn kein gescheites Hunger Games auf meinem Kanal kommt, ist... Die Leute haben einfach nicht mehr zurückgeschrieben. Ich weiß eigentlich gar nicht warum. Ey, wir haben alles ausgemacht. Hä? Und ja, ist wurscht. Also nächste Woche kommt auch kein Hunger Games, da bin ich nicht da. Aber übernächste Woche. Oh, meine Hand tut so weh, Digga. Ich will nicht mehr. Ich will einfach nicht mehr. Ich guck, jetzt kommst du ein Handy, Digga. Passwort, Leute, dürft ihr natürlich... Äh, äh, ist wurscht. Ey, Leute, ich war noch aus Bräusters zu tun. Also Bräusters-Zeiten, Leute. Schreibt mir in den Kommentar, ob ihr Bräusters... Kennen so. Es stellt sich nicht scharf. Und deabonniert alle. Leute, und ich werde auch heute... Ähm, nochmal ein bisschen live gehen, Leute. Ich muss mal gucken mal. Auf Insta war ich live, aber ich geh vielleicht... Später nochmal live. Und ja, auf Youtube. Und ja, auf Youtube. Scheint. Keine Miene. Ja, Leute, auf jeden Fall. Ähm, wir werden auf jeden Fall gucken, was wir jetzt machen. Puh. Ähm, ja, Leute. Auf jeden Fall ist es zu hell draußen. Es ist eigentlich sogar richtig, Leute. Und heute... Leute... Sie hören mich nicht. Sie hören mich nicht. Leute, Leute. Leute, Leute. Leute, Leute. Paket, Leute, zumal hier kurz. Ich weiß nicht, was da drin ist. Aber ich würde doch nicht essen, Leute, weil ich... Ich würde mich einfach überraschen lassen heute. Das ist doch offen. Ich habe die Wasserflügel, ich rische mal. Ich weiß nicht, wasn't das? Du bist egal. Und schon mal. Und schon mal. Richter ist. Ich will jetzt auf dem das Wasserflügel zurück. Ich bin 하나но darüber hinter mir Einfach. Okay. Aber ich kriege es jetzt mit Trunk. Oh Gott. Leute. Ja Leute, was soll ich dazu sagen? Das versteht sich mit der Mühle, Leute. Da ist meine Antwort dahinter. Na Leute, da drüben. Ja, da drüben. Da drüben. Da drüben. Da drüben.